Und damit einen wunderschönen guten Mittwoch, all ihr Halunken und Halunkenen, Lieben und Liebinnen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenker Extremo Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, talentierten, irrsinnig komischen. Ich finde ihn persönlich extrem erotisch und er ist mein Lieblingskameramann Jan Kreutz. Oh, du hast es diesmal... Oh, nicht auf dich gezogen. Ich habe dir das versprochen. Der Running Gag ist vorbei? Ich glaube es dir gar nicht. Weißt du, was einen guten Gag ausmacht? Den muss man immer asynchron erzählen. Also man macht das zwei, drei Mal, bis die Leute denken, beim vierten Mal wird es wieder diesen blöden Spruch geben. Und dann bringt man den anderen Spruch und beim fünften Mal, sechsten Mal, dann bringt man den wieder. Ach, ich muss dir noch so viel beibringen über Comedy. Ja, vor allen Dingen muss man mal verraten, was du für einen schönen Filter benutzt. Du siehst immer so weich aus. Du hast irgendein Weichzeichnerfilter hier. Hör mal, guck mal, guck mich mal an. Das ist der... Ja, das ist der... Ich habe mir die komplette Fresse operieren lassen für ein Experimentfilter. Okay, das stimmt auch wieder. Ach, ich habe immer nachgefragt wegen deinem... Du hast doch gesagt, ich soll mal die Chirurgie fragen wegen deinem Doppelkinn. Ja, ich meine, du hast einen guten Draht zu der OP-Fee da aus Frankfurt. Ich dachte, vielleicht mal so ein bisschen was absaugen hier unten. So ein leichtes... Zeig mal das Profil. Zeig mal im Profil. Ja, so geht es. Also wir sind ja... Ja, Alter, du musst nichts machen. Mein Engel, du bist wunderschön, so wie du bist. Ja? Okay. Pass auf, wir sparen uns heute ein langes Intro, weil ich habe heute einen Gast mitgebracht. Du hast schon wieder deine kleine Überraschungskiste dabei, die machst du auch. Ja, ich habe meine Überraschungskiste dabei. Und dann beim letzten Mal sprang Tim Rau raus. Wer springt denn heute raus? Deine Mutter? Ja, pass auf, meinen Gast, den ziehe ich jetzt einfach mal ins Bild. Hier ist er auch schon. So, wer ist das? Oh! Einer der besten deutschen Fernsehmoderatoren. Meine Güte, Kai, wie geht es dir? Du siehst fantastisch aus. Ja, also es ist ein bisschen hart gewesen, die letzten Tage mit Jan hier zu drehen. Du kennst das ja. Ja, das ist knochenhart. Es ist kein Spaß, aber wir sind in Südafrika, in Cape Town und drehen gerade mit Tim Rauer und anstrengend und davor Singapur, aber alles gut. Ja, stimmt, in Singapur warst du auch dabei, da durften wir dich nur nicht sehen. In Singapur, ich verfolge ja oder wir verfolgen ja Jans Reise über den Globus an deiner Seite für das herrliche Format mit Tim Rauer für Magenta ist es, glaube ich. Aber stimmt, du bist ja die ganze Zeit Arbeiter, du bist ja der Produzent, ne? Nein, ich bin nicht der Produzent, sondern ich bin einer der Nebenproduzenten sozusagen. Ich kümmere mich um Reisen, ich kümmere mich um Hotels und ich kümmere mich um das Wohlbefinden der ganzen Crew, das ist natürlich eine große Aufgabe. Nein, ernsthaft, aber es ist eine coole Produktion, es macht wahnsinnig viel Spaß mit Tim irgendwie unterwegs zu sein und die Welt zu erkunden. Und wir haben es letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr, nächste Staffel, alles cool. Ja, vor allem habt ihr ja richtig geile Destinations, wie man im Englischen sagt. Geile Destinations. Oh, die Anglizismen, die wollten wir doch rauslassen in der Sendung. Nein, das haben wir gesagt, wir wollten die ein bisschen streuen, ein bisschen großzügiger verteilen wollten wir sie. Ja, ihr habt so tolle Reiseziele. Was ist denn eigentlich jetzt, wenn ihr aus Kapstadt zurück seid? Seid ihr dann abgedreht oder gibt es schon ein neues Reiseziel? Nee, nee, wir machen, das sind die ersten zwei Folgen, Singapur und jetzt eben Kapstadt und wir machen noch vier weitere. Wir gehen nach Brasilien, wir machen Griechenland, wir machen Portugal, wir machen, warte mal, was machen wir noch? Kreta. Kreta, nee, wir machen Griechenland, Portugal. Ist ja quasi auch Griechenland, ja. Habt ihr getrunken? Es ist verrückt. Habt ihr getrunken, Freunde, habt ihr getrunken? Nein, 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 auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Schade. Mit Jan zu arbeiten ist ja immer geil, weil es ist schön, weil man trinkt keinen Alkohol und total entspannt. Darf ich an der Stelle mal die Geschichte erzählen, wie ich Kai kennengelernt habe? Ja, bitte, dann erzähl ich die Geschichte, wie ich Kai kennengelernt habe. Ja, wir schreiben das Jahr 2006. Ich hatte eine Anfrage mit einem berühmten Comedian aus Berlin, eine Weltreise zu drehen. Könnte sein. Und erste Destination war Dubai. So, und ich hatte die Aufgabe, flieg mal drei Tage vorher hin und drehe schon mal so ein paar nette Schnittbilder von der Stadt und so ein bisschen B-Roll, damit wir das dann unterschneiden können. Ich flieg also hin, den lerne ich da kennen, den lieben Kai, der in Dubai, kann man sagen. Den ganzen Fernsehmarkt, also seine zweite Heimat. Und man kommt in Dubai gar nicht drumherum. Wenn man da was drehen möchte, kommt man nicht an Kai Böcking vorbei. So ist es einfach. So, und er meinte dann, ja, pass auf, bevor du jetzt lostigerst und die ersten Bilder drehst, trinkt man da erstmal ein Weinchen zusammen, ne, zum Kennenlernen. So gut, das können wir gerne machen. Und dann haben wir es dann auch getan und dann wurden auch zwei, drei, vier, fünf draus. Und dann irgendwann, dann hatte ich so, pass auf, jetzt langsam, äh, hab ich schon schlecht gewissen, ich muss jetzt doch mal raus, ne, ein paar Bilder drehen. Ja, ja, ich hab ja den, der hieß auch Jan, der Aufnahmeleiter damals, fahr einfach mit denen los, ne, ich, äh, warte hier, ne, so war es ungefähr. Ja, und dann bin ich auch los und wollte das Bursch à la Rapp, äh, drehen, war so schön, mit der Kamera runter am Strand und dachte, komm, da hast du so kleine Untersichtige, wie die Wellen da über, äh, an den Strand, äh, purzeln. Sagt man vielleicht auch nicht. Ja, purzeln sagt man, Wellen purzeln. Und hatte, und hatte, und hatte, und hatte so einen im Tee, weil wir halt, äh, in der prallen Mittagssonne dann, wie gesagt, ein paar Weinchen getrunken haben und die erste Welle kommt an und schlopp über die Kamera. Komplett Schrott. Oh Gott. Ich so, oh Gott, ne, da muss ich dann erstmal eine neue besorgen beim Verleiher, ist eine lange Geschichte, aber so haben wir uns kennengelernt. Aber, äh, die Chemie hat von Anfang an gestimmt irgendwo. Ja. Und wir haben uns dann da kennengelernt und sind dann von da aus auch, äh, ja, auch durch die Welt gereist, ne? Wir haben viele, viele schöne Reportagen gedreht. Absolut. Viel Dubai, Shanghai haben wir gemacht zusammen. Hawaii haben wir gemacht. Carrera Panamericana, eine, eine Rallye durch Mexiko haben wir gedreht. Den A380, den Superflieger, als er damals, äh, äh, seinen ersten Flug hatte von, äh, Singapur nach Sydney, wo ich übrigens an der Stelle mal, äh, äh, eine kleine, äh, Nachricht. Die Toilettengeschichte. Die, äh, die Toilette, äh, in der ersten Klasse, äh, kaputt bekommen habe, als ich da mal musste. Das war eine Schwachstelle am A380, am Anfang noch. Deswegen haben sie den ja auch eingestellt, der wird nicht mehr gebaut. Eben, der wird nicht mehr gebaut, weil die Toiletten im A380 in der Förstklasse nicht richtig funktionieren. Gut, dass du das damals aufgezeigt hast. Die, die beste Geschichte, die wir jemals gemacht haben, war, dass, ähm, ich, ähm, ähm, ich hab ja so eine Kolumne bei Kabel 1, äh, Kai Reist, und wir haben gesagt, wir fliegen einmal um die Welt und, 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 und Janne hat gedreht und wir sind von München nach Singapur geflogen, von Singapur nach Tokio, von Tokio nach L.A., von L.A. nach Zürich und wieder zurück, äh, innerhalb von 54 Stunden. Und, und, und das war, ähm, absolut so ein, so ein Ding, das kann man nur machen mit, mit, mit einem Kameramann wie, 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 wie Janne. Ja. Weil der einfach dann irgendwie sagt, okay, halt drauf. An der, an der Stelle muss ich nochmal sagen, er hatte mich damit gelockt, dass ich ja auch die Meilen bekomme. Die hab ich dann auch bekommen, aber nur von Köln nach Zürich. Hallo. Ich wollt grad sagen, ansonsten wärst du nach dem Flug ja on gewesen, Junge. Halt ein mieser Fernsehproduzent, der die Leute versucht, es wo zu holen. Ja, unfassbar, die sind alle gleich. Ja, man, man lügt den Leuten was vor, das ist halt so. Ja, ja, das ist wie bei uns, wir sagen auch immer den Leuten, mit denen wir ein Interview drehen, ja, ja, wir schicken euch eine DVD und einen Sendewitschnitt und sowas. Ach Gott, ist das fürchterlich, ich schäme mich noch heute. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, Kai? Wie und wann und wo? Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung in Berlin, glaube ich, ne? Nein. Das ist nicht dein Ernst, Junge, enttäusch mich nicht. Das war viel früher, ne? Ja, also ich kann dir das Jahr nennen, vielleicht kriegst du es dann zusammen, 1998 bis 2000. Stimmt, da habe ich Risiko gemacht, Quiz fürs ZDF. Richtig, richtig. Und was habe ich gemacht? Ähm, Catering? Fahrer? Nein, du mich auch. Du warst, du warst, du warst, du warst, ähm, du warst, äh, Aufnahmeleiter. Na, Regieassistent sogar. Ich war der Regieassistent, der immer zu dir gekommen ist, die die Karten gegeben hat, immer zu dir gesagt, ich glaube, wir haben drei, drei Sendungen von Risiko, das, was war denn das eigentlich? So ein Quiz war das, ne? ZDF. Absolut. Was war das, nach, nachmittags, vor, abends, was war das? Ähm, ja, es waren tausend Folgen von einem Nachmittagsquiz im ZDF, äh, 16 Uhr, Sendezeit. Tausend Folgen? Tausend Folgen, ja. Ja, das ging vier Jahre lang. Ja, absolut. Vier Jahre lang. Ähm, und wir haben... Zwei Jahre davon war ich dabei, und du, du kannst dich nicht erinnern, du Arschgeige. Ja, doch, du warst ganz toll. Ich weiß immer noch, wie der Jenke, der war super, der war super. Weißt du, wie ich damals zur Regieassistenz gekommen bin? Ich habe ja eine klassische Schauspielausbildung und habe 15 Jahre Theater gespielt und irgendwann hatte ich, weiß ich nicht, war ich ausgebrannt. Habe einfach alle vier Wochen eine Premiere, das war mir zu viel, der künstlerische Anspruch war mir zu wenig und dann habe ich gedacht, ich habe irgendwie Lust, Regie zu machen, aber das so als Quereinsteiger ist ein bisschen schwierig, fange ich mal an als Regieassistent und habe einen, habe mich beworben, natürlich nirgendwo eingeladen worden und habe aber einen Regisseur gefunden, Hans-Klaus Peitsch, der gesagt hat, dann kommen wir zum Vorstellungsgespräch. Und dann hat er mich gefragt, was ich schon in der Richtung gemacht habe, ich sage nichts, aber wir haben uns gemocht, so wie ihr beide quasi, haben wir uns sofort gemocht und er hat gesagt, komm, ich gehe das Risiko, gehe das Risiko ein, war gut. Ja, 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 den habe ich mir aber nicht zurechtgelegt, der war ganz spontan. Gehe das Risiko ein und dann sind wir danach wirklich drei, vier Jahre durch Deutschland, durch die deutsche Fernsehgeschichte getingelt, haben noch Park Hotel Stern gemacht, haben Angela gemacht, RTL-Samstagabendshows mit Otti Fischer gemacht und dem habe ich das zu verdanken, dass ich überhaupt zwei Jahre lang als Regieassier arbeiten konnte und sehr viel Geld verdienen konnte. Aber unter wem? Denn das ZDF hat damals sehr gut bezahlt. Denke, unter wem? Unter welchem Regisseur? Hans-Klaus Peitsch. Das war schon damals ein älterer Herr, immer die Brille so vorne auf der Nase, ein absoluter Konnisseur. Also eigentlich, das Arbeiten hat ihn interessiert, aber vielmehr hat ihn interessiert, wo man abends noch gut essen gehen kann, aber der ist vor einem Jahr gestorben. Ich wollte mich bei ihm jetzt mal melden und habe gesehen, er ist tot. Aber der hat die Risiko gemacht. Also Risiko war Rolf Meter, Bastian Angermeer und Hans-Klaus Peitsch. Echt? Hast du den auch vergessen? Wir verlieren uns jetzt in Details, das interessiert die Zuhörer. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, wie traurig ich bin. Man muss an der Stelle mal sagen, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir ja auch haben, kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, was Kai Böcking eigentlich für eine Koryphäe ist. Ich weiß, du redest da nicht gerne drüber, aber man muss es erwähnen. Nein, nein, du machst das Ding nicht aus. Nein, ich weiß, du möchtest nicht darüber reden. Wir kratzen es auch nur ganz kurz an. Formel 1. Wir reden nicht vom Autorennen, sondern von der Musiksendung in den 80er Jahren. Ja, Mitte 80er bis Anfang 90er. Die Musiksendung, bevor es überhaupt MTV wie war und Gott weiß, was gab, gab es beim WDR die Sendung Formel 1. Die einzige Chance, Musikvideos zu sehen. Und ich habe damals mit dem Kassettenrekorder da gesessen, habe immer auf Rekord gedruckt und habe mir die Lieder aufgenommen. Ich auch. Und wer hat es moderiert? Wer hat es moderiert? Einer von vieren. Kai Böcking. Ja. Der weiß, wie er heißt. Muss ihm nicht hinhalten. Ich möchte nicht über die alten Formel 1-Zeiten reden, hat er gesagt. Ja, aber das ist so. Das ist wie mit Dieter Thomas Hecke und der Hitparade, weißt du. Der wurde auch sein Leben lang auf der Hitparade angesprochen. Und Formel 1, ich weiß, ich rede da mit dir ja auch, wenn wir uns sehen, immer wieder drüber. Das ist für dich natürlich nur eine von vielen Produktionen gewesen, aber für uns, die wir ja noch zehn Jahre jünger sind als du, lieber Kai, ist das wirklich Kult gewesen. Weißt du, ich saß mit meinem Schmusetuch am Fernseher und war absolut geflasht, weil das waren ja nicht nur Musikvideos, was uns alle umgehauen hat, sondern es waren absolut geile, lustige Moderationen und coole Typen und Typinnen. Die einzige Frau war Stephanie Tücking, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, du hast das jahrelang gemacht und du warst der Held meiner Kindheit. Und was sah der gut aus damals? Oh, Hammer. Und jetzt hat er keine Haare mehr, um uns eine Basie rückwärts tragen, oder was? Ich habe eine Autonomstunde hier. Ich bin jetzt mal raus aus der ganzen Zeit. Okay, wir wollen das Thema Formel 1 schnell abhaken, weil ich habe versprochen. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ich möchte noch ganz kurz was sagen, weil Formel 1 hatte die Titelmusik auch von Formel 1, dieses... Yellow. Von Yellow. The Race. Genau. Und ich habe jahrelang später, jahrelang später habe ich... Ach Gott, wie hieß der nochmal? Dieter Mayer haben wir zusammen gedreht in Berlin. Haben wir zusammen. Ja, Jahre später haben wir Dieter Mayer in Berlin gedreht für eine andere Sendung. Die hieß, ich bleibe über Nacht. Habe ich meine Nacht mit Leuten verbracht, nicht in einem Bett, aber in einem Hotel oder in einem Haus und habe mit denen sehr gute Gespräche geführt. Und selbst Dieter Mayer hat ja gesagt, wie gerne er damals euch diese Musik verkauft hat, weil auch er Formel 1 gefeiert hat. Also kurz mal eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema Formel 1. Es ist sicherlich die letzte Sendung im deutschen Fernsehen, wo du als Moderator, wenn du da reinkommst, auf einmal von 0 auf 100 geschossen wirst und dein Leben sich innerhalb von 48 Stunden komplett verändert. Das war damals so. Und ich war halt der letzte der vier Moderatoren, die das damals gemacht haben. Ich war, das sage ich immer gerne, ich war Fan, habe es gesehen im Fernsehen und auf einmal war ich dann selber Moderator dieser ganzen Geschichte. Das ist halt unfassbar. Und was ich sehr mag an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich heute immer noch ganz viele Leute treffe, die sagen, wow, ich bin mit dir groß geworden. Das war so ein Link in meine Jugend. Und ich glaube, du bist ja auch lange im Fernsehen, aber als Moderator mehr kannst du gar nicht erreichen. Dass Leute immer noch sagen, hey, eine positive Verbindung zu dem, was du gemacht hast. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ich war im Radio in München. Ich habe studiert, habe nebenher beim Radiosender in München gearbeitet, Radio Gong. Walter Freiwald war Programmdirektor. Wirklich. Und der rief mich eines Tages an und sagte, du, da gibt es ein Casting von Formel 1, die finden halt keinen Nachfolger für Stefanie. Wir machen jetzt mal hier in München noch eine Runde und ich habe dich mal angemeldet. Und da bin ich da hingegangen und mein Ziel war halt ein ganz anderes. Also ich wollte eigentlich Journalist bleiben und wollte Auslandsreporter werden, whatever. Und ich glaube, das war im Grunde am Ende des Tages das Entscheidende, weshalb ich den Job bekommen habe. Weil ich saß da und habe gesagt, ich will es eigentlich gar nicht. Und dann haben die vier Stunden später, es war wirklich so, vier Stunden später angerufen und haben gesagt, okay, du bist es. Und ich werde nie vergessen, dass Andreas Thiesmeier, der Produzent, sagte, du bist der Einäugige unter den Blinden. Aber meine Frau hat gesagt, du bist genau der Richtige. Also wir machen das mit dir. Und das war es. Ja, du warst doch perfekt. Lass uns die Nummer durchgehen. Mal gucken, ob ich sie noch zusammenkriege. Ich weiß die Reihenfolge nicht mal bei Stefanie Tücking. Gott hat sie selig. Ist auch viel zu jung verstorben. Absolut. Die Reihenfolge war Peter Illmann. Die ersten zwei Jahre. Peter Illmann. Peter Illmann. Und Peter hat das Ding ja aufgemacht. Und der ist dann für unfassbare 70 Millionen Euro zum ZDF gewechselt. Ernsthaft? Quatsch. Nein. Nach den zwei Jahren haben die den rausgekauft. Und der hat dann sehr erfolgreich diese Peter Illmanns Popshow gemacht im ZDF. Genau. Und dann kam Ingolf Lück für ein Jahr, was nicht wirklich funktioniert hat bei Formel 1. Also bei Ingolf hat ja alles funktioniert, aber bei Formel 1 war es nicht wirklich das, weil er zu spitz war. Also wenn man zurückdenkt, diese Persiflage mit Modern Talking, wo er damals verstanden hat, hat den Bohlen gemacht. Und das war den Zuschauern ein bisschen zu viel. Und dann kam Stefanie, absolute Musikexpertin, super, super Frau. Und dann kam ich. Jahrelang SWR 3. Da hab ich sie schon gefeiert. Ja, nein. Super, super, super. Wirklich. Und leider viel zu früh gestorben. Ganz, ganz furchtbar. Absolut. Tragisch. Warum ist denn Formel 1 eigentlich eingestellt worden? Weil es einfach dann irgendwann MTV und Viva gab und wir haben ja immer einmal in der Woche in 45 Minuten quasi das abgebildet, was in den Charts passierte. Und dann kam Viva, die 24 Stunden das Ganze gemacht haben. Also wir haben uns ja damals geleistet, ein Video von Michael Jackson auf 2 Minuten 30 zu kürzen. Weißt du was? Du sagst, what? What? What the fuck? Ich erinnere mich, wenn ich kurz einhaken habe, auch an eine Nummer. China Girl von David Bowie. Ja. Wo die Sex am Strand hatten. Das war ein Eklat. In der, in der, in der, in der, das war, das war unfassbar. Wie kann man sowas zeigen? Sex, Sex da im. Man muss sich, man muss sich vorstellen, damals war das so, dass der WDR die Sendung ja abnehmen musste als, 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 als Sender. Wir hatten so ein paar Sachen, Madonna, like a prayer, Schwarzer, Jesus am Kreuz. Da haben die gesagt, ui, da wird es aber jetzt eng. Also da müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal unseren, unseren Ethikrat so ein bisschen befragen. Und wir hatten so ein paar Videos, die wirklich, wirklich dann rausgenommen wurden, beziehungsweise so gekürzt wurden, dass es, dass es dann irgendwie einigermaßen ging für die Formel 1. Das war jetzt nicht, ähm, das freie Fernsehen. Obwohl sie in den Charts waren. Ja, ja, absolut. Auf der anderen Seite, ganz im Ernst, ähm, 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 der, der, die ARD war damals so cool, dass sie, dass sie, wenn Michael Jackson ein neues Video hatte, um 23 Uhr einen kompletten Slot freigemacht hat, um zu sagen, okay, wir machen ein, ein Formel 1 Spezial und das neue Video von Michael Jackson zu zeigen, ne? Also, Wahnsinn. Es war, es war immer so, es war immer so auf der Kippe, ne? Also zwischen, zwischen ein bisschen, ähm, aufpassen, was dürfen wir zeigen am Nachmittag und, 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 und was wollen die Leute sehen? Ja. Aber definitiv, aber definitiv eine Zeit, die, die, ähm, ähm, also in meinem Leben so ist, wo ich sage, wow, ich habe in den zwei Jahren so viele Menschen kennengelernt, das ist krass. Ich meine, die haben, jede Woche haben die aus der ganzen Welt Leute eingeflogen, ja? Da stand da irgendwie die Scorpions und da kam Bon Jovi dazu und, und John Bon Jovi geht auf die Knie, ähm, vor den Scorpions und sagt, danke schön, dass wir bei euch als, als, als Support Act in Amerika spielen durften, ja? Das ist, äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie war nochmal die Geschichte, du hast doch mal, du hast doch mal irgendwen, war das, war das Andy Lennox oder was? Wen hast du interviewt, wo du, wo du die falsche Frage gestellt hast, die dann so ein bisschen angepisst war? Irgendwas war da, oder? Ja, klar, also, mir sind, klar, ich war, ich war irgendwie Anfang 20 und dann, und dann hast du halt in der Redaktion, ich habe Andy Lennox gefragt, äh, gefragt, es gab damals eben das Gerücht, dass sie ein, 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 ein Verhältnis mit Michael Jackson hat. Gut, jetzt würde man, ja, jetzt würde man, jetzt würde man heute sagen, oh gut, äh, puh, ähm, und, und Andy Lennox ist halt, ähm, eine britische Lady und die hat das sehr, entspannt hingenommen, die Frage, äh, und hat dann einfach nur, hat dann eigentlich, also sie hat nicht wirklich geantwortet, sondern sie hat nur gesagt, so, this is nothing we should talk about, because this is stupid. Ich hab, ich hab, ich, na ganz klar, ich hab natürlich mit Anfang 20 so viele Fehler gemacht in diesem ganzen Ding, das war, das war echt brutal, klar, du gehst da rein und auf einmal sitzt irgendwie George Harrison vor dir oder, 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 oder Andy Lennox oder, ähm, ähm, whatever, ja, name it und, und dann sollst du mit denen reden, so, so, hey, hey, cool und, hey, du bist, äh, John Bon Jovi, ja, äh, erzähl mal, ja. Ähm, aber es war, es war, es war, es war, ich kann mich gar nicht dran erinnern, was war denn das für eine Rubrik, ihr habt doch, eigentlich habt ihr doch, wie du schon sagst, die Charts abgebildet, also wann bist du denn jetzt wirklich auf die Künstler persönlich gestoßen? Ja, es war, es war, es war hinterher immer, also es wurde immer mehr, ne, also als ich anfing mit der Formel 1, hat man gesagt, okay, wir müssen mal ein bisschen, äh, ein bisschen was Neues machen, also nur bei uns im Studio mit den, mit den Leuten reden, wir, wir waren dann auch draußen, sind um die Welt geflogen und haben Künstler besucht und wir haben immer versucht, immer mehr reinzupacken in das ganze Ding, ne, ähm, und, und, äh, einfach aus der Formel 1, so eine, so eine Jugendwelt zu machen und, also, ich hab wahnsinnig viele Leute kennengelernt, bin viel gereist und hab Leute getroffen, ja, meine Liebesgeschichte ist ja immer, ich bin irgendwie nach Los Angeles geflogen und, ähm, hab eine Einladung von den Scorpions gehabt, ne, und dann, äh, hab ich gesagt, ja, wir machen da so ein Konzert, komm mal da hin, nach Los Angeles, hab ich da hingeflogen und dann, äh, Olympiastadion Los Angeles, äh, und dann, ich mein, 90.000 Leute stehen da und dann, dann bist du, dann bist du, dann bist du da in der Umkleidekabine von, von den Jungs und, 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 ich stehe ja so, ja, 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 wer spielt denn jetzt so? Ja, wir haben so eine Nachwuchsband, die heißt, ach, warte mal, ähm, Guns and Roses, ähm, und der kommt dann noch, ja, äh, Van Halen spielt dann noch und dann kommen wir, wenn's dunkel wird, kommt dann Scorpions. Jetzt, was in Deutschland ernsthaft, äh, ich hab mit Klaus Meine ganz oft darüber gesprochen, der sagt, Leute, ihr seid so unterschätzt in Deutschland, in Amerika sind die Jungs die Headline, das war Monsters of Rock, 90.000 Leute, ähm, Los Angeles Stadium, ja, und dann, weißt du, dann kommt hier so, Axel Rose kommt an und sagt, danke, danke, Klaus Meine, dass ich, dass ich vor dir spielen darf, ja, dass du uns die Chance gegeben hast. Und das war die, das waren die 90er. Ja, ja, bei uns sind die immer nur die Wind of Change, ich, 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 ich pfeife mal durch die Gegentypen gewesen, ne? Leider, leider Gottes, ja. Ja? Na? Ja. Aber? Wer war denn ein absolutes Highlight, wo du gesagt hast, ähm, da, da, da bist auch du, Fan klingt immer so albern, ne, aber da bist auch, na gut, mit Antoine 20 ist man auch Fan, bist auch du Fan von und dann standst du dieser Person gegenüber, gibt's das, gab's das? Also mein, mein Favorite war immer, ähm, Phil Collins, ähm, der, 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 ähm, der in den, in den 80ern, Anfang 90er als Solo, ähm, Artist wahnsinnig erfolgreich war und, ähm, ähm, man muss sich vorstellen, dass wir, dass wir jede Woche in der Bavaria eine ganze Halle, jede Woche eine ganze Halle mit zwei Sets komplett neu gestaltet haben, ne? Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die Produktion hat irgendwie, whatever, anderthalb Millionen, ähm, D-Mark gekostet oder Euro gekostet damals. Jede Woche gab es ein neues Setup und, ähm, und wir hatten für die Künstler natürlich Garderoben mit eigenem Schlafzimmer, whatever und sowas. Und Phil Collins war damals sehr oft bei uns und wir hatten so eine kleine Bar, ne? Also wo die, wo die Mitarbeiter dann irgendwie mal was trinken konnten und sowas. Und Phil Collins war immer jemand, der kam, der hat sich nur an diese Bar gesetzt und hat gesagt, hey, I like it. Nice to be here. Und, ähm, in meinem Leben war es immer so, ich habe immer die Unterschiede zwischen, zwischen Leuten, die wirklich, ähm, Newcomer sind, mega, mega Idioten, ja? Die teilweise so, oh, I don't wanna talk to you, ja? Ähm, so ein bisschen wie Jan, ne? Der auch nicht mit jedem redet, ja? Ja, genau. Ja, du hast es geschafft. Aber die richtig großen Namen und, und gerade Phil Collins war immer, war immer super sweet. Der hat mit den Leuten geredet und gesagt, hey, what are you doing? Und sitzt an der Bar und, und hat dann seinen Job gemacht. Großartig. Ja, wie geil. Ja, wie geil. Ich hatte immer das große Glück, Elton John kennenzulernen für irgendein RTL-Special. Auch so ein irre entspannter Typ mit einem echt geilen Humor. Ja, die wirklich großen sind auch meist entspannt. Obwohl, man hört ja auch immer wieder Geschichten. Hast du auch so Geschichten gehabt? Es gibt ja diesen Klassiker. Ähm, du kennst den Olli Fuchs ja auch ganz gut. Und als der Olli Fuchs noch, äh, Unterhaltungschef am ZDF war, war ja auch verantwortlich für Wetten, dass. Und irgendwann erzählte er mal die Geschichte von Mariah Carey, die ich jetzt nicht, äh, en Detail wiedergeben möchte. Aber es gab definitiv auch immer Leute, die extrem abgefahrene Wünsche hatten. Also, Stichwort, ich möchte, dass mein Hotelzimmer mit weißem Velour-Teppich ausgelegt wird, bevor ich komme. Klar. Hast du von sowas mitbekommen damals? Klar. Ja, nee, das war genau das Thema. Also, bei uns war es immer so, ähm, dass das Management hat immer gesagt, ja, also da muss irgendwie, keine Ahnung, wer es war, ja, ähm, die wollen weiße Handtücher, weiße Blumen, äh, weiße Kondome, äh, whatever, ja. Und du hast dann, du hast dann, die haben dann, klar, und die haben das damals gemacht und dann, und dann, und kommen die Künstler und sagen, ah, how do you like your, ähm, your, your, your stay here? Und dann sagen die, äh, äh, what? It's okay? Thank you. Ich mag weiß nicht, genau. Ich mag weiß nicht. Ich möchte rote Kondome. Ja, genau. Aber es ist wirklich am Ende des Tages immer so, dass, 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 dass die Managements immer dieses unfassbare, ähm, Erwartungshaltung kreiert haben, ja. Und wir reden darüber, also bei meiner, bei Formel 1 war es so, die waren für drei Stunden da, ja. Und die haben, die haben das so geplant, als ob die für sieben Wochen da einziehen in die ganze Geschichte, ja. Und, und es, ja, es war halt immer so dieses Ding, ja. Und, aber das Gute war, in der Zeit, die Plattenfirmen hatten so viel Geld, die haben einfach gesagt, ist scheißegal, ja. Und, ja. Ich sage mal gerne auch, dass, dass, äh, das Beispiel, ähm, Dieter Bohlen, ja, der mit, mit Blue System, äh, mein, mein Dauergast war, ähm, ja, die haben alle ihre eigenen. Nee, sag, sag, sag. Nein. Jetzt musst du raus damit. Komm, komm, Junge, komm. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab mit Dieter ja die lange Geschichte, Blue System, Formel 1 bis hin zu, ähm, Deutschland sucht den Superstar, äh, was ich, was ich organisiert habe in Dubai und so. Und der ist halt so, ne. Also Dieter ist halt Dieter und, und, und tritt auch so auf, ja. Der dicke, 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 dunkle Sonnenbrille und so. Ich mag den total gerne. Er ist ein total lustiger Typ. Ich hab mit dem, ich hab ein legendäres Erlebnis gehabt auf Ibiza, ähm, als Dieter, äh, da ein, ein Video gedreht hat, ähm, ähm, mit einem Song, mit einem Song auf Deutsch übersetzt, Liebe ist ein einsames Schwert. So. Wenn wir das jetzt mal übersetzen, Jenke, bitte, wie würdest du sagen, Liebe ist ein einsames Schwert? Also wenn ich das Wortwörtlich übersetze, würde ich sagen, love is a lonesome Schwert. Fast. Ja? Ja, also es wäre die wörtliche Übersetzung, ja. Aber Dieter, wie hat Dieter das genannt? Er hat, er hat gesungen, love is a lonely sword. So. Und dann, und der Regisseur sagt immer, soll mal Dieter, sag mal, bist du, wirklich, ist das wirklich, ist das wirklich so, wie du das singen willst? Ja, ja, klar. Hat sich eingesungen in meinem Studio und so. Love is a lonely sword. Okay. Dann haben sie ein Klavier im Meer und so. Kann man ja sehen im Internet, ja. Und, und am Abend, am Abend waren wir essen und da war Frank Farian auf Ibiza. Ach, ja. So. Also es hat, das heißt, das heißt, ich hatte also Dieter Bohlen, Frank Farian, es gibt ein legendäres Foto von uns, dreien, alle blond gefärbt, also blonde Haare, sag mal so. Und wir sitzen beim Abendessen und das war ein großartiges, großartiges Treffen. Also von daher, von daher, ähm, weißt du, ich, 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 ich habe so viele Leute getroffen in der Zeit, das ist, das ist wirklich nett und ich habe keine, überhaupt keine, keine Geschichten gehabt, die wirklich so, so blöd sind oder böse oder sonst irgendwas, ne? Diese ganze Musiker, äh, Musikindustrie, Leute, die kennen sich alle und am Ende des Tages sitzen die abends beim Abendessen und dann ist es gut. Ach, natürlich. Auch genreübergreifend müssen jetzt gar nicht alle irgendwie das gleiche Genre da bedienen, denn das sind halt Profis. Bei Frank Farian muss man nochmal sagen, den habe ich ja auch immer wirklich bewundert als Produzent von Boney M und Milli Vanilli, aber Milli Vanilli hat ihm irgendwie das Genick gebrochen, ne? Als dann rauskam, dass die beiden Jungs da gar nicht singen. Ja, also das ist ja auch so ein Thema. Milli Vanilli haben wir ja groß gemacht, ne? Also die Geschichte von, von, ähm, das ist ja so ein Formel-1-Phänomen, ähm, wir haben, wir haben, wir haben immer dienstags eine, eine, eine Konferenz gehabt, wo wir uns Songs angehört haben. Und irgendwann landete dieser Song von, von, ähm, äh, Girl You Knots True bei uns auf dem, auf dem Tisch. Wir haben uns angehört und gesagt, geil. Und da gab es ein Video von dem Original-Cast, der das gesungen hat, ne? Ach. Und da sagte der Produzent, ach, Gott, wirklich, echt. Nee. Also, der Song ist geil. Wirklich. Und dann, und dann, und dann kam Frank um die Ecke und sagt, ja, ich hab dann noch so einen, hab dann so einen, so einen, so einen anderen Cast und, ähm, und die haben wir dann gedreht. Und dann wurden die Nummer... Schuld? Bitte? Ihr wart das Schuld? Wir haben, wir haben, äh, wir haben definitiv, äh, Milli Vanille zum Star gemacht. Ja, klar. Wahnsinn. Und, und, und zwar nicht nur, nicht nur die, wir haben Rock Set. Rock Set waren bei uns zuerst. Also mit, ähm, ja klar, Formel-1 war damals ein, 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 ähm, ähm, wie soll man das sagen? Also, wenn du in Deutschland, wenn du aus der Welt nach, nach Deutschland gekommen bist und hast bei Formel-1 performt, hast du automatisch Platten verkauft. Die Charts gestürmt. Absolut. Ja. Ja. Und, und, und Rock Set, ähm, you got the look, das war, das Video war furchtbar, was sie hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, also, bringt die Band ins Studio. Und dann war sie Nummer eins. Wahnsinn. Und Milli Vanille genau das Gleiche. Ja. Ja, und dann haben die ja noch hier, it must have been love, kam ja dann noch bei, bei, äh, Pretty Woman. Und dann sind die ja richtig durch die Decke gegangen. Ja, ja. Nein, aber, also, nur, um es klar zu sagen, Formel-1 war damals wirklich so das Masterpiece, wo du hin musstest, wenn du eine, eine, eine Single platzieren wolltest, ne? Wahnsinn. Das ist heute Markus Lanz für Bücher. Natürlich. Oder du. Ja, ja. Nee, ich kann ja sowas, vielleicht wäre es so, aber ich kann, ich hab überhaupt gar nicht den Platz in meiner Sendung irgendwas vorzustellen. Ich würde das ja gerne. Also, natürlich hat jeder Junge und da glaube ich auch Jan Kreuz davon geträumt, irgendwann mal so etwas machen zu dürfen, so eine Sendung. Also, ich hab auch jahrelang davon geträumt, wir hätten das moderieren zu dürfen als Kind. Also, Moment, ich kann auch eine Geschichte erzählen, wo ich einen Musikstar mal interviewt habe. Wir haben jemals ein EPK gedreht mit Lenny Kravitz. Und wir hatten, und wir hatten, äh, irgendwie zehn Minuten oder was, ne? Um, 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 den Superstar im Hyatt in Köln zu interviewen. Und, ähm, das ist eh lustig, wenn wir schon grad von der Entourage reden, der dann immer, äh, da, da, da mitkommt, ne? Und dann hab ich dann eingeleuchtet. Was ist denn? Was? Stört mich irgendwas? Ja, ja, okay, dann mach's ab. Ja, da ist noch ein Haar von Christina Aguilera am Mikrofon. Und dann hab ich, hab ich dann irgendwie, äh, das Bild eingeleuchtet und dann kam dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner von einer Produktionsfirma oder was, guckte dann so, oder machst du ein Bild, na, ich weiß nicht mehr, wer es war, guckte auf dem, auf dem, auf dem Monitor und meinte, nein, 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 so können wir es nicht machen. Hab ich dann irgendwie wieder umgeleuchtet und dann kam der Nächste an, ne, 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 so geht's nicht. Dann hab ich wieder genauso geleuchtet, wie ich es vorher hatte, ja, so ist gut, ne? Und dann kam Lenny Kravitz an, ich werd das nie vergessen, der kam rein und war so ein bisschen, ja, verstrahlt, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen, ähm, abwesend, ne? Und der hatte, ich werd nie vergessen, der hatte so ein riesen, äh, Kroko-Lederarmband, an mit so einem fetten Bernstein dran, da hab ich erst mal drauf, die ganze Zeit drauf geglotzt, ne? Ich dachte so, Alter, was hat der denn für einen Bernstein um sein Handgelenk? Egal. Und dann setzt er sich hin und, äh, der Redakteur stellt eine Frage und dann steht er mittendrin im Interview auf, kommt zu mir, nimmt mich an die Hand, wir gehen ans Fenster und dann guckt er raus und fragt mich, what kind of trees are these? Da standen irgendwelche blöden Birken rum oder was, ne? Und ich so, keine Ahnung, was Birke auf Englisch heißt, ich so, Birks. Und dann stand mir da gefühlt irgendwie zwei, drei Minuten und der Redakteur hat die ganze Zeit so, scheiße, scheiße, meine Zeit geht flöten, ne? Und dann hat er sich wieder hingesetzt und dann eine Frage noch und dann, und dann ist die ganze Zeit unterrascht, okay, wir müssen jetzt weiter, ne? So eine Scheiße, ich hatte jetzt nur, was soll ich denn sagen, was soll ich denn machen, wenn Lenny Kravitz mich in die Hand nimmt und fragt, wie die scheiß Bäume heißen hier am Rheinufer. Keine Ahnung, ne? Ich hatte keine andere Wahl. Großartig. Und Gwen Stefani hab ich auch mal interviewt, die kam rein und ich hatte eingeleuchtet, Gwen Stefani und dann kam sie rein und hatte dann irgendwie so sechs, sieben Tänzerinnen dabei, so Japanerinnen in Schulmädchen-Klamotten. Die waren irgendwie bei ihrem Programm immer dabei und die sagte, ja, die sollen mit ins Bild. Ich so, hä? Scheiße, ne? So, wie lange haben wir jetzt noch? Ja, wir müssen jetzt starten. Und da stand da irgendwie in diesem, ja, wie das immer so ist, in diesen miesen, miesen Konferenzräumen von diesen Hotels stand irgendwo so eine Couch im Hintergrund. Da hab ich einfach ins Bild gerückt, hab diese Mädels dahinter drapiert, die Japanerin und Gwen Stefani halt auf die Couch gesetzt und hab das so ein bisschen unter sich gedreht, damit ich halt diese ganzen Mädels drin hab. Und dann hab ich gesehen, dass die Gwen Stefani untenrum, ja, egal. Was? Kein Slip anhat oder was? Was? Oh, Skandal, Gott, das war nicht, das kommen die Senden. Nein. Das war, das war vor, vor, ähm, Basic Instinct, nehm ich an, oder? Aber sag mal, aber... Ja, muss da vorgewiesen sein. Mit den Spice Girls? Ja, Spice Girls, oh, Top of the Pops. Top of the Pops war einer meiner ersten, meiner ersten Tonjobs damals. Ich war total aufgeregt, Birgit Schrohwange interviewt die Spice Girls. Bei Top of the Pops? Ach so, okay. Nicht Top of the Pops. Und wir fahren hin und mein Chef damals, völlig aufgeregt, okay, Birgit Schrohwange interviewt die Spice Girls. Super gut, ne? Okay. Und fahren hin und Sporty Spice sitzt da und ich musste halt jedem einen Anstecker geben und Sporty Spice saß da mit ihrem, ja, wie nennt man das? Tanktop? Keine Ahnung. Tanktop. Ja, Tanktop. Sport, 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 Sport. Deswegen ja auch Sporty Spice. Ja, ja. Und, und, ähm, äh, ja, recht, ne? Kleinen Brüsten, die sie dann da hat halt und hatte dieses enge, enge, äh, Sportoberteil an und so, scheiße, wo packst du jetzt den Anstecker hin, ne? Keine Ahnung. Da hat man damals so ne, so ne, ähm, ne Befestigungsart, das waren die kleinen Tramm-Mikrofone, die hatten so einen, so kleinen Nadel hatten die. Und ich so, ja, die Klammer kannst du nicht dran machen, okay, dann machst das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Nadelanstecker und hab der genau in die Brustwarze gepiekt. Und, 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 und Sporty Spice, und Sporty Spice, die hat so gejault und hat da rumgebrüllt, what is he doing, what is he doing, ne? Und die ganzen anderen Spice, da hab ich kaputt gelacht, ne? Die hat checkt und, und, und Birgit Schrober gesagt, was machst du da hier? Das ist, äh, keine Ahnung. Und ich war dann so perplex, ich bin dann auf, ich bin dann auf, ich bin dann auf allen Vieren und, und vor den Spice Girls war ein Glastisch und bin dann unter diesem Glastisch gekrabbelt und, und, und wollte dann wieder aufstehen und bin dann mit meinem Kopf gegen diesen Glastisch und die Spice Girls haben mich nur weggeschmissen. Birgit Schrober gesagt, das ist ein Originalkreuz. Und mein lieber Chef, der Roland, stand so, was machst du da, was machst du da? Ja, ich wollte die Runde nur ein bisschen auflockern, ne? Aber wir haben das Interview bekommen am Ende. Das ist so eine richtig geile Ketten, kreuzsche Kettenreaktion, ne? Das kann, also ich will jetzt ja nicht ins, ja, bei mir ja auch, es gibt so viele Geschichten. Wenn du Stars zu befummeln, ja? Macht immer noch gerne. Ja, Stars zu befummeln. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht über die Formel 1 Zeit reden, aber, aber wir haben, wir müssen auch mal über die, über, über die, äh, du hast ja auch noch ganz viele andere Fernsehformate gehabt und eine Nummer, eine Nummer finde ich wirklich toll. Wie hieß die Saison nochmal, wo ihr Leute, wo ihr Leute, äh, auf der Straße angesprochen habt und habt ihr dann... Ja, ja, es war, es war zu früh, es war, es war, es war ZDF, Primetime. Wir haben in den 90er Jahren, ähm, die Idee gehabt, dass, ähm, dass ich auf der Straße Menschen ein Angebot mache. Zum Beispiel, äh, nach Argentinien zu fliegen und Tango zu tanzen, ja? Aber mit der Bedingung, es geht sofort los, ähm, Job absagen, zu Hause wiedersehen, Reisepass holen, losfliegen. Und wir haben es wirklich, äh, realtime gedreht und das war eine, das war eine super Sendung. Also es ging über, über, ähm, drei Staffeln, ähm, die wir gemacht haben und das war im Grunde für mich so mein Beginn für diese ganze Reisegeschichte, ja? Das war so, das war so das Thema, ähm, raus in die Welt und, 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 und Reise machen. Was ich, was ich jetzt wirklich, ehrlicherweise, äh, seit ein paar Jahren eigentlich ausschließlich mache, ja? Durch die Weltreisen und, und, ähm, Dokus drehen und, äh, eine Zeitung rausbringen zum Thema Reisen. Also, ähm, das hat sich schon sehr, sehr, äh, bei mir so, ähm, entwickelt in den letzten Jahren, dass es einfach nur das ist, ja. Das Schicksal musst du uns zusammenführen. Alles hat seine Zeit, ja, alles hat seine Zeit und das ist ja, also ich meine, man, irgendwann ist ja, ist man ja selber dann auch nicht mehr befriedigt von der Präsentation einer Musiksendung, ne? Selbst wenn man da jetzt dauernd irgendwelche Stars trefft, wiederholt sich das ja und dass du diese Möglichkeit ergriffen hast, dich da so weiterzuentwickeln und, und, und journalistisch weiterarbeiten zu können, auf der ganzen Welt verteilt, ist ja großartig, ist ja ein großes Glück. Aber, ich meine, Entschuldigung, ich meine, du kennst es ja am besten, ja, also man muss ja immer im Leben wie schauen, was man aus seinem Job macht, ja, du kommst ja auch aus einer, aus einer anderen Ecke und hast das mit, mit, gerade mit Janne ja sehr viele Jahre gemacht und, und, und schau mal, wo du jetzt bist, ja. Bei mir war es einfach so, ich bin sehr froh, dass ich jetzt mit, mit Kai Reist für, für Kabel 1 noch, noch ein Format habe, was ich wirklich gerne moderiere, ja, und wo ich sage, okay, da kann ich, kann ich, kann ich, kann ich den Leuten aus meinen Augen die Welt zeigen, ja. Ja, aber sowas jetzt mit Tim zum Beispiel hier, ähm, mit Tim Rauer, äh, unterwegs zu sein, das ist, ey, das ist perfekt, ja, also, das ist, ja, ich bin halt, bin halt 200, 200 Tage im Jahr unterwegs, ja, und, 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 und bereist die Welt, trotz Pandemie, und, und, ähm, ähm, aber ich finde es gut, ich bringe eine Zeitung raus zum Thema, ähm, und, äh, man muss ja irgendwann sagen, was willst du, was willst du in diesem Fernsehleben machen, ja, das hast du auch, selber, und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren entschieden, zu sagen, ey, mein Thema ist Reisen und Ausland, und, ähm, und das mache ich jetzt. Großartig. Das war auch immer unser Thema, das hat ja Jan und mich, als wir uns vor knapp 25 Jahren kennengelernt haben, immer das, was uns sofort verbunden hat, ne, also diese, diese Neugier, dieser, dieser Hunger, fremde Kulturen kennenzulernen, Geschichten aus anderen entfernten Teilen der Welt zu zeigen, immer unterwegs zu sein in unterschiedlichen Klimazonen und so, das war ja auch das, was uns bis heute, möchte ich behaupten, ähm, verbindet und an, an der Stange gehalten hat. Also, das Geilste ist immer, wenn wir während der Dreharbeiten oder während der Recherche, während der Planung für eine, für ein neues Format immer wieder sagen können, es geht weit weg und es ist alles völlig neu. Die Menschen, die wir treffen, stammen aus einem ganz anderen kulturellen Kreis, haben ganz extreme Geschichten zu erzählen und, ja, und das Wetter ist schön, das mögen wir beide auch. Ja, aber, wir teilen uns ja im Grunde Janne, ne, also, also, ähm, immer wenn ich mit Janne drehe, dann erzählt er mir von den Drehs mit dir, ja, und, und andersrum wahrscheinlich genau das Gleiche. Es ist, es ist ja, es ist ja auch, äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja auch ganz, ganz wichtig, wen nimmst du mit, ja, also, wer ist denn überhaupt in der Lage, ähm, sowas mit dir zu begleiten und wer hat das Auge dafür, ne, und das ist natürlich wirklich ernsthaft, ich glaube, da sind wir uns einig, Jenke, ähm, ist Jan natürlich einer, einer der wenigen, der wirklich versteht, was wir da machen. Also, wir Wahnsinnigen, die, whatever, nach Indien fliegen oder, 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 oder nach Dubai oder sonst irgendwo hin und zu sagen, hey, komm, let's do it, ja. Ja, ich, ich kenne keinen einzigen Kameramann und, wie gesagt, ich mache das seit über 20 Jahren jetzt, ich kenne keinen einzigen Kameramann, der so unermüdlich sich in jede neue Produktion schmeißt und von morgens bis abends rum tackert, ja, der nie im Leben auf die Idee kommen würde, zu sagen, lass uns mal eine Stunde unterbrechen und Mittagessen gehen oder sowas oder guck mal auf die Uhr, wir drehen jetzt schon 14 Stunden, nie im Leben. Der ist immer so mit Herz und Seele dabei und nicht nur, was du ja auch kennen wirst, Kai, ähm, als Kameramann, der durch sein Okular guckt und immer nur in seinen Bildern denkt und überhaupt nicht sich Gedanken macht, worum es jetzt inhaltlich in der Geschichte geht, dem Protagonisten beim Gespräch überhaupt nicht zuhört. Jan ist so eine Personalunion, der ist, der ist ein exzellenter Kameramann, er ist immer noch Redakteur, er ist Rechercheur, er macht sich Gedanken, wie man die Geschichte noch besser erzählen kann, was man noch irgendwie als Element mit einbauen könnte. Jan ist einzigartig. Oh, jetzt kommen mir die Tränen. Ja, aber es ist, es ist so, es ist so, es ist so. Jeder, der mit dir arbeitet, sagt das, also jetzt auch wieder aus welchem Genre, ob das jetzt Kai ist, der reist, ob das ich mit meinen Experimenten bin oder ob das eine Mario Barth, egal wie man jetzt seinen Humor findet oder so, aber auch Mario Barth, der ja extrem erfolgreich ist, ist der größte Fan von dir und alle Kameraleute hat der irgendwie abgesägt und abrasiert, weil er keinen Bock auf die hat. Der größte Fan von dir ist, oder du bist sein absolutes Highlight und da gibt es noch mehrere von. Tim Melzer, eine ganze Latte von Leuten, wo du immer sofort sagst, wie geht's dem Jan, ich hab gehört, ihr wart unterwegs, ja, ihr wart auch unterwegs und so. Du bist, du bist wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung. Jetzt hört aber auf, jetzt hört aber auf, jetzt ist es bald mal gut. Es gibt so eine schöne Geschichte von Jan und mir in Shanghai, weil wir natürlich, wir natürlich nach dem Motto drehen, wir drehen hart und trinken hart abends, ja, und wir hatten in Shanghai, eines morgens sag ich dann mal, Jan, irgendwie, jetzt mach mal ein Bild von mir, Moderation und sagt ja, du siehst aber so scheiße aus, ja, du siehst halt so kack aus nach der letzten Nacht. Ich mach das jetzt mal eher als totale, weil irgendwie funktioniert die Nase dick und rot und sowas. Aber, ey, am Ende des Tages, Janke, ist es doch so, willst du, du kennst das auch, in unserem Geschäft, du hast so wahnsinnig viele Leute, die sagen, Kai, du siehst so geil aus, super, läuft alles, klasse. Oder willst du jemanden wie Jan haben, der einfach sagt, Kai, nein, mach mal ganz weit weg, wir machen ganz weit weg, die Moderation machen wir morgen nochmal, aber heute nicht, nach der letzten Nacht. Absolut. Es geht nicht. Und das mag ich wirklich an ihm, ne, und er ist, er ist einfach nicht bestechlich. Null, 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 ne. Und auch jetzt, ähm, hier mit, mit, mit Tim, die Nummer, die wir machen, mit Tim Rauert, das ist, ey, Leute, wir reden über einen Zwei-Sterne-Koch, ja, der kein geborener Moderator ist, sondern wir machen hier wirklich hardcore, ähm, in, in vier Tagen, äh, zweimal 40 Minuten, ja, das ist, ey, das ist wirklich, das ist wirklich, wir waren letzte Woche in Singapur, ich bin von Singapur direkt nach Johannesburg geflogen oder nach Kapstadt, ähm, und, und wir, wir haben in den 14 Tagen, brettern wir mal so zwei Folgen durch, ja, und wenn du da nicht Kameraleute hast, wie so ein Jan, ja, dann bist du einfach aufgeschmissen, es ist, es ist einfach so. Und was ganz wichtig ist, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, was ganz wichtig ist, ist das Vertrauen. Also, du, du kannst dem Jan vertrauen, ich meine, nicht ohne Grund, gut, vielleicht ist es auch erklärbar dadurch gewesen, dass kein anderer mit mir auf ein Flüchtlingsboot wollte, aber ich hab ihn ja bewusst gefragt, ne, also nicht ohne Grund vertraue ich Jan natürlich dann in, auch mein Leben an, weil ich ihm einfach vertraue. Und so kannst du das, äh, in jedem Bereich machen. Also, du kannst dich immer auf ihn verlassen. Und wenn der sagt, Kai, du siehst scheiße aus, dann siehst du scheiße aus, Kai, das kann man einfach nicht schönreden, verstehst du? Zu mir sagt er das halt jetzt mit dem neuen Gesicht nicht mehr so häufig, aber früher hat er auch gesagt, Junge, was ist denn los? Ich sag, ich sag, du siehst anders aus. Wie siehst du? Geh mal zehn Meter zurück, genau, geh mal zehn Meter mal ein bisschen. Jetzt mal ehrlich, über was reden wir, ja? Wir sind ja nur alle keine 18 mehr und sowas. Und HD, HD ist die größte Scheiße, die uns passieren konnte im Fernsehen. Absolut. Und jetzt kommt noch dieses 4K, 8K, 12K, die lassen uns doch alle in Ruhe lassen. Mir ist es mittlerweile Rille. Mir ist es vollkommen Rille. Sollen sie doch 124K machen. Aber die ganzen Moderatorinnen, die stürzen sich doch vom Balkon. Warte auf, ich hab, ich hab meinen Cutter, der immer meine Reisesendung schneidet, der hat immer gesagt, du, ich hab hier so einen geilen Filter gefunden. Der heißt jetzt der Kai-Filter. Und wenn du das, es ist wirklich so, wenn du das Originalmaterial siehst, sieht halt Kai so aus, wie er aussieht. Mit 57. Und da macht der den Filter drüber und du sagst, hm, boah, doch nicht so übel. Also den Typ würde ich auch geil finden. Absolut. Es gibt den Kai-Filter und es gibt die Jenke-Senke. Die Jenke-Senke ist eine Bezeichnung von Tim Elzer. Ich hab hier ein Faible, etwas zu kurze T-Shirts zu tragen, weil ich hasse das, wenn T-Shirts zu lang sind. Mag ich nicht. Also sind sie kurz und dann schmeiß ich die auch der Praktik halber immer wieder in den Trockner und dadurch werden sie natürlich irgendwann zu kurz. Also hin und wieder rutscht ein T-Shirt hoch. Und bei Dreharbeiten mit, übrigens auch in Südafrika, übrigens auch mit Jan Kreuz und Tim Melzer für ein Format von mir, ist mir das halt beim Knien immer hinten hochgerutscht. Und du konntest es mal in der Bauarbeit der Rätsel sehen. Und irgendwann sagt der Melzer, Junge, ich kann das nicht mehr sehen. Die Jenke-Senke, zieh das T-Shirt mal runter. Ach Gott. Wir haben ein schönes Leben. Jungs, es ist einfach so, machen wir uns nichts vor. Also wir beide, Jenke und ich, weißt du, wir haben so Leute wie Jan um uns rum, die uns filmen. Und ich habe Kollegen, mit denen ich viel drehe, die sagen, tu mir den Gefallen, film mir nicht von hinten, weil ich habe keine Haare auf dem Kopf. Und du sagst, ja, aber siehst du auch von vorne. Also, diese, weißt du, was ich meine, dieses, dieses, wenn du doch vor die Kamera gehst, sei doch bitte so, wie du bist, ist halt so. Wir sehen keine 20 mehr, wir sehen so aus, wie wir aussehen. Und wenn die Ritze mal rausguckt hinten, dann guckt sie raus. Der Arsch wird ja ordentlich praller mit dem Alter, ne? Der flacht ja eher ab. Nee. Und die Haare wandern auch vom Kopf, auf dem Rücken, in die Ohren. Und das ist halt so. Natürlich. Ja. Und ich habe ja jetzt auch noch das Fett aus dem Arsch im Gesicht quasi. Nee, das war ja der Bauch. Die haben mir das ja aus dem Bauch rausgezogen und ins Gesicht gebracht. Lasst uns nicht drüber. Ja, 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 ja. Meine kleinen Pausebäckchen. Aber das ist schon alles wieder abgebaut. Also der Zahn der Zeit nagt an mir, weil die Natur lässt sich einfach nicht verarschen. Verstehst du? Die lässt sich nicht verarschen. Ich bin froh, dass du wieder so aussiehst wie früher. Ganz ehrlich. Aber die Enke unter uns jetzt mal. Das ist nett, mein Schatz. Dann musst du irgendwann die Entscheidung treffen, genau wie ich. Ey, ich finde jetzt ist Zeit vorbei, vor die Kamera zu gehen. Oder genau andersrum zu sagen. Was meinst du denn damit? Was meinst du denn damit? Nein, nein, nein. Nein, pass auf. Überhaupt nicht böse gemeint. Aber bei mir ist das auch so. Guck mal, ich habe jetzt gerade einen Auftrag für sechs neue Folgen von Kai Reist. Okay. Also Kabel 1 sagt, wir wollen sehen, wie Kai durch die Welt reist. Bahamas, Kanada, Rocky Mountains, whatever. Schön, ja. Sehr schön. Aber mir ist ja vollkommen klar, ich meine, ehrlich, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Ja, aber das sieht doch gut aus, Junge. Wo ist denn das Problem? Nein, nein, ich bin ja fein mit mir. Aber wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, ich will nicht mehr vor die Kamera, dann würde ich es sein lassen. Ja, na klar. Verlass. Ich möchte auch noch mal ganz kurz erklären, weil das offensichtlich ist das bei Jan Kreuz ein bisschen falsch angekommen. Ich habe mich ja nicht operieren lassen, weil ich meine Fresse so scheiße alt fand, sondern ich habe mich operieren lassen, weil das ein Experiment war. Ich weiß das, Jenke, aber ich bin trotzdem froh, dass dein Gesicht wieder fast das alte ist. Ja, ich doch auch. Als du damals nach der Nummer halt ins Studio gewandelt bist, habe ich gedacht, wenn das so bleibt, um Gottes Willen. Aber Gott sei Dank hat sich das Ganze entschwollen, sag ich mal. Und auch die kleinen Tränen-Section unter den Augen kommen zurück. Was ist los? Ja, so ein bisschen. Aber der Jan hat gesagt, es war eine Penisvergrößerung. Verkleinerung, also was hast du mir jetzt... Kleinerung, Verkleinerung, Verkleinerung war es. Und das ist halt auch, er ist nicht nur der beste Kameramann, er ist noch irrsinnig diskret. Irrsinnig diskret. Also du kannst dich immer darauf verlassen, wenn es irgendwie um geheime Informationen geht, also jetzt gerade auch, weiß ich nicht, du hast Protagonisten oder Kandidaten, die überrascht werden müssen und die dürfen nicht wissen, womit sie überrascht werden. Also wenn du einem vertrauen kannst, also wenn du wirklich davon ausgehen kannst, dass alles geheim bleibt, dann sprich mit Jan Kreutz darüber nicht. Danke, ihr Arschgeigen. Aber Jenke, wo wir jetzt, wir beide jetzt mal so wirklich mal frei reden können, es hat ja eine große Magie, einen Kameramann zu haben, der wirklich, so wie Jan, einfach, was ich wirklich finde, wenn ich mit dem drehe, der wirklich merkt, was du tust als Moderator. Der? Ja. Der einfach, der einfach, ja, der zuhört und einfach sagt, ah, wirklich, du guckst jetzt dahin, er geht mit der Kamera und dahin, er kommt wieder zurück und sowas. Das ist sehr, sehr selten. Also muss man ihm wirklich leid haben. Jetzt habt ihr mich aber genug gebauchpinselt, jetzt hört mal auf. Nein, das ist jetzt, das wurde jetzt mal Zeit, das wurde jetzt heute mal Zeit. Ja, aber jetzt, Themenwechsel nochmal. So, was sind die Pläne? Nein, jetzt genieß das doch mal. Jetzt lass das, jetzt lass es doch mal an dich hier ran. Nein, 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 ist mir unangenehm, ist mir unangenehm. Wir haben ja jetzt alles gesagt. Ja, wir haben alles gesagt. Das ist jetzt alles gesagt. Kai und ich, wir sind im nächsten Katar, wie es aussieht. Darf man auch drüber reden? Ach. Ja, ja, also wenn, wenn, also ich bin ja eh viel in Dubai und, und hab da ja eine Firma und, und wir, wir über, also es könnte sein, dass wir in zwei Wochen in Katar sind und ein bisschen die, die, die Fußball-WM so ein bisschen anschieben, ja, für, für, fürs Tour-Sport. Also die haben natürlich ehrlicherweise ein großes Problem, dass sie einfach natürlich von allen gedisst werden. Witzigerweise, nicht witzigerweise, aber durch die, durch dumm, also es ist halt so, dass jetzt alle bei Katar auf der Matte stehen und sagen, wir wollen Gas von euch und, ähm, ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass bisher will ja keiner zur WM nach Katar. Ich glaube, das wird sich ändern im Lauf des Jahres und, und, und wir machen da mal so ein kleines, so einen kleinen, so einen kleinen, ähm, Imagefilm, nicht wirklich Imagefilm, aber so ein bisschen, äh, wir, wir, wir besuchen mal ein paar Leute, die in Katar wohnen und, 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 und dort leben, ähm, und schauen mal, wie das Leben wirklich aussieht. Also, also hinter den Kulissen schauen, da bin ich sehr gespannt drüber. Ähm, ja, ich, da wünsche ich dir viel Glück, weil ich glaube Katar, also ich glaube, es ist anders, als du vermutest oder vielleicht auch so ein bisschen hoffst. Ich glaube nicht, dass die Stimmung, äh, sich verändern wird und das große, äh, WM-Fieber da entstehen wird. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der Menschen sehr, sehr empfindlich reagieren, wenn irgendwelche politischen Zustände nicht tolerierbar sind. Aber, aber glaubst du, dass das Katar als, als drittgrößter Erdgasproduzent, ja, wo wir halt, äh, äh, jetzt den Hahn, äh, zudrehen von Russland, ja, und wir abhängig werden von dem Gas, äh, äh, aus, aus, aus dem Nahen Osten, dass wir dann, ähm, nicht vielleicht doch, beziehungsweise im öffentlichen, im öffentlichen Meinungsbild die Meinung ändern müssen, weißt du, weil plötzlich sie beenden vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mehr das Thema, sondern, ach komm, so schlimm sind die ja nicht, weil wir kriegen unser Gas ja jetzt von da, weißt du, was ich meine? Ne, das glaube ich, ne, ich glaube, ne, ich glaube so, ich glaube wirklich, dass seit ein paar Jahren sich diese Gleichgültigkeit aufgelöst hat. Ich glaube, die Leute machen sich sehr viel Gedanken. Natürlich ist das ein Argument, wenn durch die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland oder jetzt, äh, durch die Ukraine die Energiepreise steigen. Natürlich gefällt das den Leuten nicht und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, mir ist wurscht, wo das Gas herkommt. Hauptsache, ich kann es bezahlen. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, dass das denen nicht wurscht ist. Und, ähm, das ist ja nochmal eine andere Sache. Du kannst ja sagen, gut, okay, also wir beziehen Gas aus Katar, aber deswegen feiern wir noch trotzdem nicht, äh, die Fußball-WM, verstehst du? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Glaube ich. Vielleicht lege ich völlig falsch, aber ich glaube, dass die Menschen Katar genauso boykottieren werden, wie sie Olympia jetzt boykottiert haben. Ja. Also momentan auf jeden Fall. Also es ist, es ist, es ist halt so ein, weil ich dieses Thema Middle East irgendwie seit 20 Jahren ja betreue. Ich habe gerade, ich habe gerade eine, eine, eine 4-Stunden-Doku für VOX gemacht zum, zum Thema 50 Jahre, ähm, äh, UAE, also Vereinigte Arabische Emirate, ja, und, ähm, 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 kleiner Spoiler, läuft am 30. April, äh, 20.15 Uhr bei VOX. Okay, cool. Und ich habe, ich habe, ich habe wirklich mit diesem Thema natürlich wahnsinnig viel hin und her und, 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 und sowas, ne? Und wir gehen ja alle davon aus, alle wollen, also alle wollen nach Dubai in Urlaub, ähm, alle fliegen mit der Katar Airways, weil sie besonders geil ist, ja. Aber, ähm, ich glaube ganz persönlich, dass dieses Thema Fußball-WM, mein, Katar ist nicht schlimmer als Dubai oder Abu Dhabi oder, 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 oder andere Länder. Es sind halt, also, diktatorische Länder, die eine andere Sicht auf die Welt haben. So, und du kannst jetzt, du kannst jetzt sagen, nein, ich fahre jetzt nicht mehr nach Dubai, weil da oben sitzt halt, sitzt halt ein, ein Sheikh und, und der bestimmt alles. Und du kannst aber auch sagen, ich fahre nach Dubai, weil der ist sicher, da wird keiner überfallen, ähm, da können Frauen abends auf die Straße gehen, nachts um 12 Uhr, was du in Köln, Ehrenfeld wahrscheinlich nicht kannst, ja. Alles Sichtweisen. Ich sag's nur. Ähm, ich habe nur gelernt, ich habe nur gelernt, in den, in den drei Monaten, wo ich diese Doku gedreht habe, dass dieser, 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 dieser ganze, dieser ganze Bereich dieser hauptischen Länder, inklusive Katar, ja, total, total schwierig zu fassen ist, ja. Und jetzt hinzugehen, zu sagen, wir gehen jetzt nicht zur WM und wir berichten nicht darüber, nur weil es Katar ist, halte ich für falsch, ehrlicherweise. Und, und, ja. Was soll ich meine? Es ist so. Ja, na klar, klar. Ich glaube, bei Katar ist halt das Besondere, dass gerade jetzt für die Ausrichtung der Fußball-WM, äh, so viel Leid entstanden ist, ne. Also da kursieren ja Zahlen zwischen 10.000 und 13.000 Tote alleine beim, beim Bau der, der, der Stadien. Ja. Also das ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, wenn du jetzt die Regierungen der jeweiligen Arabischen Emirate kritisieren willst, dann kannst du da reichlich kritisieren. Da musst du aber auch gar nicht die, äh, Arabischen Emirate jetzt rauspicken. Da kannst du auch auf die Malediven, ne. Tausende, Hunderttausende fliegen auf die Malediven. Ja. Im Endeffekt ist das, was die politische Situation angeht, nicht großartig anders. Da gibt es keine Rechte für die Frau. Es gibt keine Religionsfreiheit. Und die meisten Menschen, die auf den Malediven geboren sind, dürfen die Touristeninsel überhaupt nicht betreten. Ne. Also wir finden immer was. Oder Urlaub in der Türkei. Kann man Urlaub in der Türkei machen, wenn Erdogan das Land regiert, ne. Ja, klar. Das ist schon richtig. Aber was ich jetzt meine, ist halt, wirklich nur in Bezug auf Fußball, dass ich glaube, dass da viele Fußballfans sagen, ich möchte das nicht unterstützen. Mal abgesehen von dieser dubiosen Vergabe der Spiele nach Katar. Das war ja von Anfang an bis Ende hat das immer einen ganz, ganz, ganz fiesen Beigeschmack. Das meine ich. Aber du hast natürlich recht. Wo fängt man an, wo hört man auf? Aber, ähm, meine Prognose ist, es werden weniger Fußballfans sich diesmal für Katar interessieren, als sie das für andere WM's getan haben. Aber ist ja Rille. Du drehst jetzt, äh, wann, wann geht's denn los? Wann, 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 wann drehst du das? Also, wenn es, wenn es, wenn es, also wenn es dazu kommen sollte, ähm, in, in zwei Wochen. Und, ähm, und ansonsten bin ich halt mit der, mit der Tim-Nummer unterwegs. Ähm, wir machen im April zwei Folgen und im Mai zwei Folgen. Also ich bin eigentlich mal kurz wieder zu Hause und dann geht's weiter. Und wir machen Brasilien, wir machen, äh, Portugal, wir machen Griechenland, wir machen, äh, Frankreich. Also... Mach, mach aber nicht zu viel, Junge, dass ich den auch noch mal habe. Ich mach jetzt auch demnächst wieder ein neues Experiment und ich brauch den demnächst wieder, ne? Ja, aber der Jan sagt schon so, puh, mit Jenke, puh. Nein, stopp, 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 das hab ich nie gesagt. So. Also, hört auf euch, hört auf euch zu streiten jetzt. Hört gesagt. Schluss jetzt. Okay, an der Stelle sollten wir jetzt auch mal hier, an der Stelle sollten wir auch mal die Leitung kappen. Ich glaub, äh... Wir sollten, wir sollten mal, wir sollten mal zu dritt was drehen. Ja, das fände ich geil. Oder wir sollten einfach mal ein Bierchen trinken gehen. Das letzte Mal, das wir uns gesehen haben, Kai war auf dem Deutschen Fernsehpreis, jetzt der letzte Deutsche Fernsehpreis. Du erinnerst dich, wir hatten einen zauberhaften Abend, wir beide. Ja? Ja, genau. Ich war, ich war, also, klar erinnere mich. Also, von daher gerne. Ich... Ja, lass uns einfach mal wieder auf ein Bierchen oder eine Flasche Wein oder zwei, drei. Ernsthaft, aber, ähm, es ist ja so, dass Jan ja nicht nur Kameramann ist, sondern Jan ja auch so ein bisschen so ein Gateway ist, zu sagen, ey, lass uns mal was zusammen machen, ja? Also... Einen trinken zum Beispiel. Ja, natürlich. Ja. Einen trinken, nein, wir trinken ja gar nichts. Aber, aber... Doch, wir trinken einen. Wenn wir uns sehen, trinken wir einen. Ansonsten rühren wir den Alkohol nicht an, dieses Teufelszeug. Aber wenn wir uns sehen, dann trinken wir einen. Nein, nein. Nein, aber, was ich ganz im Ernst meine, Jan hat ja ein gutes Händchen für Leute, die zusammen... Alkoholiker. Ne. Achso. Ja. Aber für Leute, die zusammen können, ne? Also, das ist wirklich bei ihm ja so, er sagt, oh, wow. Also, also nicht nur du, sondern er sagt ja auch, wow, mit der hab ich gedreht, das fand ich irgendwie cool und das würde auch passen und so, ne? Oder auch sagen, nein, ne? Ich hab mit der gedreht oder mit dem gedreht, ähm, das würde überhaupt nicht passen, ne? Aber, nein. Lass uns das mal vornehmen. Dann nehmen wir den Tim Rauer noch mit, dann kommt der zu uns in Kleinigkeit. Wir beschießen auch, übrigens, wegen Katar will ich noch eine Sache sagen, äh, äh, als Fußballfan, ähm, dass die Leute das boykottieren, das glaub ich am Ende nicht, weil, weil, wenn die Spiele dann laufen, dann hängen sie trotzdem alle wieder vorm Fernseher und sagen, komm drauf geschissen. Wahrscheinlich. Aber ich bin sehr gespannt und deshalb hab ich den Job auch angenommen, äh, wenn's denn klappt, auch mal hinter die Kulissen zu gucken, äh, äh, was passiert da wirklich und ich werde berichten, äh, wenn wir denn da sind, äh, wenn wir denn da sind, äh, mit einem, äh, mit einem neuen Podcast und jetzt werd ich das jetzt mal beenden, ne? Mit euch zwei Mäusen, ne? Du bist aber auch ein guter Moderator, hab ich heute festgestellt, meine kleine, äh, meine kleine, wer lässt die Leute nur nicht ausreden, meine kleine Zauberraube, du bist, du hast... Das letzte Wort ist natürlich für unseren Gast, äh, Kai, du darfst, du darfst die ganze Nummer verabschieden. Wollen wir ganz kurz noch sagen, dass Jan wirklich Moderation, ein Moderationstalent hat? Also allein schon wieder das Mikrofon im richtigen Zeitpunkt, die er immer unter die Nase hält, Kai. Genug der Nohpudelei, Feierabend. Ja, 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 okay, okay. Kai, verabschiede dich bitte von allem. Ja. Ich will, dass Jan, Jan sein Hemd dann mal auszieht einmal. Das, das kommt in Folge 518. Nein, der ist super. Ähm, ich meine, Jenke, wir können es auch schon ein bisschen, länger und, 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 ähm, und Jan, ich finde das, ich finde das cool, was ihr macht. 24 Jahre. Ja. Na, scheiße, oder? 24 Jahre, Junge. Wir kennen uns seit 24 Jahren. Ja, und, ähm, es war mir ein Fest, Dankeschön dafür. Ja, mir auch, vielen Dank. Und, äh, aber trotzdem hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben uns einen Wein verdient jetzt, ne? Ja. Wunder, ihr habt euch eine Flasche Wein verdient. Ja, wir würden jetzt mal irgendwas trinken. Das war eine sehr, sehr schöne Begegnung, wenn sie auch auf die Ferne jetzt nur ausgerichtet war. Vielen, vielen lieben Dank, habt Spaß, viel Spaß, kommt morgen gut zurück aus Kapstadt. Und, ihr lieben Halunkeninnen und Halunken, wenn ihr jetzt sagt, who the fuck war der Typ denn überhaupt? Dann guckt mal bei YouTube. Formel 1, Kai Böcking, das ist Kult. Ansonsten passt auf euch auf. Und ich bin sicher, nicht nur Jan, sondern auch Kai. Und ich. Freut sich auf nächste Woche von Jenke Extremo Momente. Adiada. Und ich bin sicher, nicht nur Jan, sondern auch Kai.